Und in dem Sinne, Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Skill-Video. Und ich bin euren Wünschen natürlich gefolgt, ich hab's in den Kommentaren gelesen. Ihr möchtet gerne, dass ich die neuen Trapmaster vom Element Licht und Dunkel auch nochmal auf den anderen Wegen-Skill, Freunde. Also, bekommt ihr, was ihr wollt. Und heute fangen wir an, jetzt mal mit Nightlight. Letztes Mal haben wir ja mit Nightmare angefangen, Freunde. Jetzt gibt es Nightlight. So, Freunde, ich hab ihn momentan auf Stufe 20. Ich dachte mal so, komm, mach's ihn schon mal hochgeballert, weil, Freunde, ich hab meinen Weg gefunden. Und den Weg skillen wir heute nämlich. Und ich würde sagen, Freunde, reden wir gar nicht lange. Wir fangen sofort mit den ersten beiden Attacken an, die er so drauf hat. Aber bevor wir das machen, stelle ich erstmal nochmal ein bisschen die Musik runter, weil ich sonst bestimmt wieder Probleme bekomme. So, jawohl. Machen wir auf 20, Freunde. Okay, machen wir auf 20. So, wir fangen an mit den ersten beiden Attacken, Freunde. Und zwar haben wir dort Treptanium-Säbel, Drücke-Fierk. Um den Treptanium-Säbel zu schwingen, Drücke-Fierk, Fierk und alte Fierk für einen Kombo-Angriff. Und einmal prismatischer Sprungschlag, Drücke-Kreis für einen Säbelschlag-Angriff. Und erzeuge eine Licht-Aura, die in der Säbelangriff, in der Säbelangriffe mehr Schaden bewirken. So war's. Werte, Freunde, Rüstung 12, Tempo 70, kritischer 70, Elementalkraft liegt bei 25. So. 40er Schaden, Freunde. Kombo zieht 128er Schaden ab. Zack. So, Freunde, dann haben wir diesen Licht-Säbel. Und unten könnt ihr es jetzt sehen. Dort ist dann so eine Licht-Aura. Für vier Sekunden. Und zack, da sind wir dann drin, Freunde. Zieht das Doppelte an Schaden ab. 80er Schaden. Jetzt wollte ich euch noch den Kombo-Angriff zeigen. Ja, und 168. Also 80, 80. Und 168 heißt, um 40 Schadenspunkte erhöht sich die ganzen Angriffe in der Licht-Aura. So, Freunde. Jetzt gehen wir, machen wir das, was E.ON uns gesagt hat. Wir sollen nach Persephone gehen. Und zwar hat sie für uns heiliger Bogen. Gegner in Licht-Auren werden verlangsamt und bewirken weniger Schaden. Nehmen wir mit. So, Freunde. Das hier, zack. Ach so, außerdem, dieser Licht-Aura schlacht die 77er Schaden ab. So, und diese dann hier langsamer in dieser Licht-Aura können wir gleich in Brocks Arena vernünftig uns einmal anschauen. Dann haben wir erleuchten. Haltet Reik, um einen Lichtkreis zu erschaffen. Lass los, um alles in der Nähe des Kreises schweben zu lassen und zu beschädigen. Das ist Night Lights dritte Attacke. So, und wir können auch diese dritte Attacke so ein bisschen bewegen. Da könnt ihr es nämlich sehen. So, wir gehen nach rechts. Wir gehen ein Stück nach links. So, und jetzt ziehen wir mal am Gegner dran. 75er Schaden, das war der Maximalschaden. Also der kritische Treffer, Freunde. Eigentlich haben wir nur 50er Schaden. So, und ihr seht, dass diese Licht-Aura, bam, die schnallt nach oben und stößt dann. Die gehe ich da schön in der Luft, ne. Läuft auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir ewiges Licht. Licht-Auren halten länger an. Sind jetzt statt vier, acht Sekunden länger. Und sieht folgendermaßen aus. Ja. Eindeutig, oder, Freunde? Würde ich ja sagen, eindeutige Sache. Schärferer Säbel. Der Treptanium-Säbel bewirkt mehr Schaden. Jawohl. Und der Weg, Freunde. Wir haben letztes Mal auf Licht geskillt. Und deswegen gehen wir jetzt auf den Säbelschneiderweg. So, aufgepasst, Freunde. Und jetzt leuchtet unser Schwert auch mittlerweile. Und macht jetzt einen Schaden von 50. Und der... Der, ähm, Kombo-Angriff zieht 160 ab. Heißt, hat sich einmal um 10 erhöht. Und einmal um 40. So, und das Ganze in der Licht-Aura, Freunde. Zieht jetzt 90 ab. Und... 300 war natürlich jetzt der kritische Trefferschaden. Und 200. Ne? Also hat sich das da, ähm, wieder um 40 erhöht. Und, ähm... Auch um 40. Ja, Punkt. Also da hat sich das gar nicht, ähm, so gesehen gar nicht erhöht. Die ist in der Licht-Aura. Sondern halt nur das Säbel, ähm, dieser Säbel-Angriff. Selber. Aufsteigender Schlag. Der Treptanium-Säbel schleudert Gegner in die Luft. Mehr Wucht! So, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Das zeige ich euch gleich in Brox-Arena, Freunde. Aber die Gegner, zack, 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 zack. Die werden jetzt in der Luft geschleudert. Und dann können wir sie weiter in der Luft attackieren. Und die werden immer weiter in der Luft geschleudert. Ich werde euch das gleich zeigen. Die Attacke ist einfach nur der Hammer. Ich kann nicht euch wirklich so sagen, wie es ist. Licht-Geschwindigkeit. Während du Dreieck hältst, drücke Kreis, um zu einem erleuchtenden Ziel zu teleportieren und einem Aufwärtsangriff zu machen. Aufgepasst. So. Also, Freunde. Wir drücken hier diese dritte Attacke. Diese Licht-Aura hier. Und während wir das haben, drücken wir gleichzeitig Kreis. Und dann kommt der aus dieser Licht-Aura da vorne raus, teleportiert und dann BAM! Kommt voll auf den Gegner-Druck, Freunde. Aufgepasst. Da. Zack. 125er Schaden mit einem schönen Aufwärtshaken. Das macht Spaß, Freunde. Zack. Bis da hinten hin können wir uns teleportieren. Das ist wirklich gedienstgeil. Dann haben wir, Freunde. Wirbelschlag. Haltefierk, um den Traptanium-Säbel aufzuladen und einen 360-Grad-Angriff auszuführen. Mehr Wucht. Da seht ihr es, Freunde. Wir können uns dabei nicht bewegen. Es gibt ja einige Skyliner, die können sich dabei bewegen. Aber bei denen geht es hier nicht. Zack. Und zieht 4x80er Schaden ab. Heißt 320er Schaden hier am Gegner. Das ist auf jeden Fall eine schöne, ordentliche Sache. Und er trifft ja nicht nur einen Gegner, Freunde. Nein. Der trifft den schönen Umkreis seiner Waffe. Leuchtlinge. Der Traptanium-Säbel wird zu einer ultimativen Form verbessert und bewirkt maximalen Schaden. Da seht ihr es jetzt, Freunde. Dieses Schwert, diese neue Form mit nur Zacken. Der sieht auf jeden Fall geil aus, Freunde. Zieht jetzt 63er Schaden ab. 100er Schaden. Und... 77er Schaden ist, glaube ich, geblieben. Und jetzt schauen wir einmal hier. 165er Schaden jetzt, Freunde. Ja, statt 125 haben wir jetzt 165er... Ne, doch nicht. 125er. Okay. Also haben sich nur die normalen Attacken verbessert hier. 103er Schaden, ne. Auf jeden Fall, Freunde. 103er in der Licht-Aura. Das ist schon mal eine Menge. Muss man ja mal so sagen, wie es ist. So, Freunde. Jetzt schauen wir uns die Attacken natürlich in Brocks Arena an. Bei den ganzen Gegnern. Und eins kann ich euch sagen. Diese Attacke, wo er dann die Gegner in der Luft schleudert, ne. Die wird euch faszinieren. Davon könnt ihr ausgehen. So, aufgepasst jetzt. Aufgepasst. Ja, Brock übernimmt die Sache. Machen wir. So. Ah, jetzt kommen erst die Kanonen. Also, Freunde. Wir brauchen hier normal angreifen, ne. Dann machen wir schon diese Attacke. Wo er die Gegner in die Luft schleudert. Müsst ihr jetzt einmal darauf achten. Hier, aufgepasst jetzt. Da seht ihr das? Guck mal. Guck mal hier. Wir können die dabei noch in der Luft halten. Da. Zack, zack, zack. Und die können uns dabei nicht angreifen, Freunde. Das ist doch geil. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Die können uns dabei nicht angreifen. Das ist einfach nur geil. Hier. Da guckt. Seht ihr das? Da. Zack, 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 zack. So, Freunde. Und jetzt habe ich mal einen kleinen Trick für euch. Wenn ihr dabei fliegt, ne. Macht ihr die Attacke auch. Und ihr könnt den Gegner noch höher schleudern. Hier. Seht ihr das? Guckt euch das an. Und der kann nichts mehr machen. Der Chill Bill, der kann da mit seiner Kanone kommen, wie er will. Der kann nichts mehr machen. So, Freunde. Das geht natürlich nicht bei großen. Das ist ganz klar. Das geht wirklich nur bei den kleinen. Wie zum Beispiel bei den Brokkolis hier. Obwohl, ne, auch nicht. Die schweben ja schon. Das geht dann wirklich nur bei den kleinen. Wie Tuzzles, Brows und so. Ne, da habt ihr es ja gerade gesehen. Da geht es auf jeden Fall. So, Freunde. Da haben wir die Combo gehabt. So, und jetzt machen wir einmal den Wirbelangriff. Zack, zack, zack. 400er Schaden. Weil es auf einem Albtraum ist, müsst ihr wissen, halten die ein bisschen mehr aus. Ne. So. Da haben wir jetzt die da vorne. Und da werden wir jetzt unsere nächste Attacke ausprobieren. Nämlich die hier. Zack, Freunde. Schön. Auch dabei in die Luft geschleudert. Wir schleudern die Gegner dabei auch gedienst in der Luft. Aufpassen. Zack. So, und jetzt sind wir hier in der Licht-Aura, Freunde. Und ziehen 103er Schaden ab, ne. Ihr sagt euch richtig, richtig gut. Jawohl. So, und jetzt fliegen wir nochmal ein Stück. Was soll der Geiz hier? Wow, jetzt müssen wir aufpassen, Freunde. Sonst sind wir gleich nämlich Karon kaputt. So, so ein bisschen was zu essen, wäre ganz cool hier für mich. Aber jetzt kommen erstmal noch andere Gegner. Ei, 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 ei. Boah, ich sag's euch, Freunde. Trotz Level 20, Albtraum-Modus, ne. Schwer. Ich hab Angst, dass der gleich auf einmal losrennt. Läuft doch bei uns, Freunde, würde ich doch mal so sagen. So, gibt's, da. Das ist ne Brezel. 150 Energie nur, ey. Mann, 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 richtig schwach. Wie gesagt, Rüstung, Freunde. Hat der nur 12, ne. Der ist nicht, ähm, stark auf der Brust, ne. Also, der ist, ähm, wirklich sehr, sehr schwach dort, ne. Also, das ist wirklich, da muss man echt sagen, die Rüstung ist da echt schwach, ey. Sehr, sehr schade eigentlich, muss ich sagen, weil, ähm, ja, das ist so ein cooler Skylander vom Aussehen alleine schon her und jetzt hier mit dem Säbel geskillt, ne. Dann so ein bisschen mehr Rüstung, ne, wäre auf jeden Fall ganz gediegen. Aber wie gesagt, Freunde, seine Verteidigung ist, dass er hier die Gegner mit in der Luft schleudern kann. Und dass die Gegner so gesehen, oh, 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 kaum noch was ausrichten können. So. Lass mir nochmal einen aufgeladen, ihr Freunde. Aber ich glaube, das war's gewesen. War er doch nicht. Da kommt doch mal so ein Brusa-Cruiser. Von mir aus soll er kommen. So, jetzt machen wir hier nochmal die Attacke, Freunde. So, hier schön in der Licht-Aura. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, Freunde, ne, ähm, so finde ich ihn auf jeden Fall stärker auf dem richtigen Weg, also auf den Schwertweg geskillt, ist meine persönliche Meinung, ne. Ich finde es ganz cool, dass er die so hoch schleudern kann. Ich finde diese Verteidigungsform besser, als wenn er dann mit seiner Kreis, mit dieser Säbelschlag-Attacke, dich dann hin und her so switcht. Ihr wisst, wie ich meine. Da so hakt, hieß das ja, glaube ich. Und, ähm, da könnte man ja auch nicht getroffen werden. Aber dann bist du genau in den Gegner drin. Und, ähm, ich weiß es nicht, ja, dann sind da ganz, ganz viele, sind da, hast du wirklich ein Problem. Und da ist dann diese Dreh-Attacke nochmal einiges besser. Ja, und da kannst du auf jeden Fall, ähm, 400er Schaden sofort am Mann machen. Wie gesagt, ne, ein bisschen Verteidigung mehr wäre ganz cool, aber man kann ja auch einen Hut aufsetzen und dann läuft er natürlich ja auch, ne, Freunde. Gut, Freunde, das war das zweite Skill-Video von Nightlight gewesen. Und jetzt mache ich bald das Skill-Video von Nightmare, dann vielleicht der zweite, damit ihr das auch bekommt. Und in dem Sinne, Freunde, bin ich raus. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und, ähm, schreibt mir mal in die Kommentare, welchen Weg ihr persönlich besser findet. In dem Sinne, Dankeschön, haut da rein, Freunde, und bis nächstes Mal.